Joos meine Freunde, da sind wir wieder mit einem weiteren Part von Pokémon Alpha Saphir Wonderlock Monotype Challenge der Pflanzenform. Ja, wir sind in der Arena stehen geblieben, bei unserem Vater. Ja, der ist da vorne, aber wir gehen noch dahinter, weil wir natürlich noch ein paar Trainer uns vorknöpfen müssen. Die werden wir ganz schnell machen, ganz getrost. Da ist zum Beispiel noch einer, der Raum der Volltreffer. Und dann können wir natürlich unseren Vater auch herausfordern. Karpels wird die Arena alleine machen, weil die anderen Pokémon eher weniger was ausrichten können. Wir wollen es natürlich... Oh, der hat auch einen Sengu. Was setze dann eins? Was setze? Setze dann X-Angriff ein oder was wird er einsetzen? Gibt es da X-Treffer oder so für Volltreffer? Naja, was soll's? Ähm, achso, Angriffs-Plus jetzt sein. Okay, anscheinend, ja, gut. Okay. Heißt, Sengu wurde auch besiegt. Ich bin gespannt, wie die, wie es mit der Arena so vorangehen wird. Ich mein, unser Vater hat ein Mundtier, ein Lederking und ja, der hat schon ein paar Pokémon, die uns ordentlich was auf den Arsch geben können. Von dem würde ich echt sagen, so, hm, äh, weiß ja nicht so, ob wir das ganz gut meistern können. Wird sich zeigen. Wird sich wirklich zeigen. So, jetzt gehen wir mal in diese Richtung. Oder haben wir da Frauen der Beständigkeit? Was haben wir da schon? Da waren wir schon, da? Ne, da waren wir noch nicht. Da haben wir noch einen Trainer. Ja, ich find, da ist es irgendwie so ein wenig Sucherei. Da muss man immer wieder mal suchen. Der hat auch einen Geradax. Gibt's da noch eine, die einen Inikoro hat, zufälligerweise? Kann das sein? Jedenfalls gibt's ja ein paar Trainer, die halt noch besiegt werden müssen. Mega Block. Wird auch wieder überleben, oder? Und zack. Ah, Volltreffer. Wird er nicht überleben. Ein Volltreffer ist natürlich eine andere Sitte. So, Level 37 vom Angriff von allen her ist Karpels eindeutig unser stärkstes Pokémon. Wir könnten hier an dieser Stelle eigentlich schon zwei Gewaltros haben. Aber natürlich sind die halt noch Level 25 und 26. Also die sind auch ziemlich, ziemlich schwach. Merkt man, denke ich. So, okay, dann werden wir noch, wo sind die anderen Trainer? Wir sind auf der anderen Seite des Raumes. Okay, hier. Raum der Genauigkeit müssen wir noch machen. Haben wir noch viel vor uns. So, noch zwei Türen. Echt, haben wir noch zwei Türen vor uns. Warte, ich gehe aber zuerst nach außen. Ich denke, dann haben wir sogar alles. Dann sollten wir sogar alles haben, normalerweise. Ja, es gibt noch einen Inikoro. Damit ist meine Frage erledigt. Inikoro wird sich aber nicht durchsetzen können. Wir müssen dann, wenn wir alle Trainer besiegt haben, müssen wir dann nochmal ganz kurz die AP heilen. Weil ich würde gern, dass, also ich hätte schon gern, dass Kraftwelle volle AP hat. Dass ich Kraftwelle auch wirklich, ja, öfters einsetzen kann. Und ich habe mir, ich habe mich erkundigt, nach dem letzten Part habe ich mich erkundigt, wie es mit unseren Karpels so vorangehen könnte bezüglich Attacken. Und da habe ich herausgefunden, dass es im Einkaufszentrum von Seegras Ulb City, so heißt die Stadt, glaube ich, da gibt es ein, oh, noch ein Geradax. Gibt es da einmal Geradax? Echt? Okay. Ähm, da gibt es ein sogenanntes Einkaufszentrum mit der TM 71. Das ist die TM für Steinkante. Und Steinkante ist natürlich perfekt für unser, ähm, ja, für unsere Karpels, weil es eine physische Attacke ist, weil es sowieso verdammt viel Angriff hat. Und, eine weitere Sache, ähm, damit können wir nämlich die Gift-Pokémon fertig machen. Also, zumindestens die Golbats, weil die Golbats sind die, die uns aufhalten. Wollen wir, Raum der Volltreffer, okay. Haben wir jetzt alle Trainer? Scheint so, es scheint wirklich so, als hätten wir jetzt alle Trainer besiegt. Okay, das ist sogar sehr gut. Oder, haben wir noch einen vor uns? Moment. Momento, Momento. Da ist unser Vater. Können wir dann auf der anderen Seite noch hingehen? Ist er auf der anderen Seite noch offen? Na, ist er auch nicht offen. Okay, heißt, wir haben alle Trainer besiegt. Und können uns dann unseren Vater stellen. Und natürlich, nachdem wir... Tut mir leid. Nachdem wir uns aufgeheilt haben. Mal schauen, hat Maikisch bereits den Orden? Wie, Heiko? Heiko hat den Orden schon? Was soll das? Wieso ist Heiko uns einen Schritt voraus? Wie kann das sein? Leute, das meine ich gerade ernst. Wirklich. Das meine ich völliger ernst. Was macht Heiko da? Ja, okay. Wir sehen uns gleich. Bei der... Bei... Äh, so vor unseren Vater. Also bis dann. Raum des Arenaleiters. Sieh selbst, welche Pokémon dich erwarten. Steht auf dem Schild. Möchtest du die Tür öffnen? Natürlich möchte ich die Tür öffnen. Und da ist unser Vater, oder? Jawohl, da ist er. Ich finde die Arena... Ohne Scheiß. Dieser Ort, die Arena hier, finde ich am besten. Die sieht einfach so genial aus. Meiner Meinung nach. Und schaut euch das einfach an. Das mit dem Fenster. Ist doch so eine geile Atmosphäre. Hm. Du hast hier also vier Arena-Orden erkämpft. Na schön. Versprochen ist versprochen. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen. Schaut euch dieses... Schaut euch das an. Das sieht so genial aus. Wollen wir, wie sich das da im Boden spiegelt, heißt, wie sauber der ist. Dann hat er hier noch eingraviert, das Pokémon-Symbol, also das Symbol der Poké-Liga, die Arena-Orden und so. Und wir sehen uns sogar selber. So gut ist der Boden poliert. Ich finde das extrem geil. Und dann jetzt, wie das auch noch aussieht da im Kampf, der Hintergrund und alles. Perfekt. Ist vom Kampfstil her und so meine Lieblings-Arena, muss ich sagen. So ist er eigentlich kacke, was in einer normalen Arena ist. Keine Ahnung, ja. Rezi. Es macht mich so glücklich, dass mein eigener Sohn stark genug ist, um gegen mich zu kämpfen. Aber ein Kampf ist ein Kampf. Als Arena-Leiter habe ich einen Ruf zu verteidigen. Ich werde alles tun, um dich zu besiegen. Deshalb erwarte ich von dir, Rezi. Ja. Was erwartest du von mir? Oder habe ich das falsch vorgelesen? Na, egal. Leta King wird in den Kampf geschickt. Arena-Leiter Norman. Okay. So, wir haben einen Karpels-Level 37. Dieses Karpels kann austeilen. Ich hoffe, es wird nur nicht besiegt. Wir setzen Kraftwelle ein. Und... Das reicht nicht ganz, aber es ist paralysiert, was perfekt ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt muss ich, äh, kurz schauen. Wir setzen Fully Purva ein. Weil in der nächsten Runde wird... Leta King sowieso, ähm... Ich will halt nicht, dass Karpels schläft, deswegen. In der nächsten Runde wird Karpels... Äh... Achso, er setzt einen Hyper-Track ein. Okay, das ist nicht ganz so gut. Ähm... Fully Purva hat eine gute Verteidigung. Warte mal, können wir... Ah, wie... Nein, weil er paralysiert ist, können wir nichts machen. Jetzt mal Rasierblatt ein. Ja, das sieht... Schnarchnase wirkt. Ah, Schnarchnase wirkt jetzt. Ei, wir hätten austauschen müssen. Wir hätten austauschen müssen. Jetzt mal Rasierblatt ein und hoffen, dass Leta King uns nicht fertig macht. Ein Volltreffer. Zugabe. Perfekt. Perfekt, Leute. Leute, Leute, Leute. Das ist perfekt. Noch einmal Rasierblatt einsetzen und Leta King ist auch weg. Und? Ja, es reicht aus. Perfekt. Leta King wurde besiegt. Wir können uns wieder getrost. Ja, zuerst Fully Purva Level 32. Wir können uns getrost erst wieder... Ähm... Oh, Karpels Level 38. Wow. Wir können natürlich jetzt wieder das Pokémon wechseln. Zu unseren Karpels. Das ist beinahe Level 40. Wow. Also vom Level her können wir uns schon mit dem... Also, na klar sind wir unter... Also sind wir ein bisschen überlevelt. Weil vom Level her könnten wir uns schon mit der sechsten Arena messen. Aber natürlich ist es eine Flugarena und da haben wir natürlich ab nochmal den kürzeren gezogen. Wenn wir in einer Flugarena antreten. Ja. Und deswegen... Oh, ein weiteres Leta King. Heißt... Wenn es jetzt nicht gehen... Oh, warte mal. Das könnte gut gehen. Das könnte gut gehen. Wir sind ein Level höher. Also wir haben ein Level dazu bekommen. Haben Stärke plus bekommen. Okay, das geht doch nicht ganz. Zermürben. Okay, das hat schon etwas abgezogen. Aber nicht viel genug. Und deshalb ist Leta King besiegt. Und wir haben den fünften Orden ergattert. Erreichen noch Level 39. Wow. Und haben 119. Und wir versuchen Himmelheap zu erlernen. Ja, geil. Perfekt. Vergessen. Was tun wir vergessen? Tempelheap. Warte, Himmelheap. Wie sieht es aus? Kinnhaken, der das Ziel in den Himmel schickt. Ähm... Kraftwelle. Paralysiert. Kraftwelle ist ziemlich gut. Ich werde Tempelheap vergessen lassen. Ja, ich werde Tempelheap vergessen lassen. Ich vertraue auf Karpels. Tempelheap wird vergessen. Und Himmelheap wird erlernt. So, wir bekommen 3600 von unserem Vater. Bisschen Taschengeld und so. Ich fasse es nicht. Ich habe tatsächlich gegen dich verloren. Du hast wirklich Fortschritte gemacht, mein Junge. Aber gut. Hier, das ist für dich. Wir erhalten den Balance Orden. Oder? Ja, Balance Orden. Das erste Mal, dass ich einen Orden richtig hatte. Ja, geil. Bis Level 60 hören die nun auf uns. Ja. Jetzt bekommen wir Heimzahlung. Die Attacke konnte er leider nicht einsetzen. Okay. Was heißt leider zum Glück, weil die Attacke hat es echt in sich, vor allem mit seinen Leder King. Ja. Puh. Ich muss schon zugeben, als Arenaleiter kann ich meine Frust gerade nur schwer verbergen. Aber als dein Vater habe ich gemischte Gefühle. Einerseits bin ich natürlich stolz auf dich. Aber andererseits stimmt es mich auch ein bisschen traurig. Mein eigener Sohn hat mich fertig gemacht. Wie scheiße bin ich denn eigentlich? Ungefähr so. Na gut, Rezi. Oh, er lächelt. Ich bringe dich noch schnell raus. Komm, gehen wir. Ich schmeiß dich aus meiner Arena raus. Verpiss dich. Oho, da ist Heiko. Rezi, Arenaleiter Norman. Ja, dieser kleine Pimpf hat es echt geschafft, Mann. Oh Gott. Was für ein Zufall. Euch beide habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin hier nur auf der Durchreise, weil ich daheim etwas vergessen hatte. Du legst dich richtig ins Zeug, stimmt's, Heiko? Das sehe ich dir auch ohne zu kämpfen sofort an. Wirklich? Das bedeutet mir wirklich viel. Vielen Dank. Ah, du bist Rezi, stimmt's? Ich bin Heikos Vater. Wie ihr sehen könnt, ist Heiko wieder gesund und munter. Das haben wir allein dir und deinem Vater zu verdanken. Wieso, war der krank oder wie? Ihr beide wart es schließlich, die Heiko damals dabei geholfen hat, sein erstes Pokémon zu fangen. Ohne einen Pokémon, das er seinen Freund nennen kann, wäre er heute wohl immer noch schwächlich und krank. Ich bin euch also wirklich zu Dank verpflichtet. Also okay. Ja, sieht auch so zierlich aus und alles. Hm, weißt du was? Ich möchte mich irgendwie erkenntlich zeigen. Hier, das ist für dich. Wie, du bist gar nicht zu uns gekommen. Wie hast du es uns gegeben? Hast du es uns zugeworfen oder so? Vm Surfer. Sobald eins deiner Pokémon Surfer erlernt hat, kannst du auf ihn übers Meer reisen. Alles gut. Rezi. Wenn ihr wissen wollt, wie stark ihr wirklich seid, schlage ich vor, dass du und Heiko hinter Route 118 das Meer überquert. Dort im östlichen Teil Höhens leben noch stärkere Pokémon und Trainer. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Verstanden. Dann werde ich mich bemühen, mit Rezi mitzuhalten. Na gut, Papa. Ich mache mich langsam auf den Weg. Bis bald. Komm, Rezi. Dann wollen wir mal. Heiko, ich bin schon gespannt, wie stark du und dein Pokémon-Team bei unseren nächsten Wiedersehen sein werdet. Pass gut auf dich auf, Rezi. Und schau ab und zu mal bei Mutti in Wurzelheim vorbei, damit sie sich keine Sorgen macht. Hörst du? Los geht's. Bis bald. Gute Reise. Macht's gut. Okay, machen wir uns jetzt quasi auf den Weg. Oh. Oh, zwei Väter. Hm. Die verstehen sich. Schon seltsam. Hm? Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich sehe, wie schnell mein Junge erwachsen wird. Einerseits bin ich natürlich stolz auf ihn, aber andererseits stimmt es mich auch etwas teuer. Traurig. Haha, na was für ein Zufall. Ich habe vorhin genau das gleiche gesagt. Haha, was sie nicht sagen. Aber soll ich ihnen etwas verraten? Solange ich, solange er nur weiter zu einem munteren Erwachsenen heranwächst, bin ich wunschlos glücklich. Ja, ich weiß genau, was sie meinen. Ja, stolze Väter sind schon was Gutes. So, okay. Wir sind anscheinend echt nicht weit gekommen. Okay. Norman sagte, wir sollen uns unsere Reise auf Route 118 fortsetzen. Stimmt's? Schalten wir am besten mal das Kartennavi ein. Aha, Route 118 liegt also östlich von Malvenfro City. Rezi, wo wir zwei schon mal hier sind, können wir gemeinsam nach Malvenfro City aufbrechen? Schließlich führt mich mein Weg auch nach Route 118. Okay. Wir werden nach Malvenfro City gebracht und zugleich zum richtigen Weg. In dieser Richtung liegt Route 118. Ich bin schon total gespannt, was für Pokémon mich da erwarten. Ich geh schon mal voraus, Rezi. Wenn wir uns das nächste Mal über den Weg laufen, müssen wir uns unbedingt wieder kämpfen. Versprochen, versprochen. Okay. Anscheinend, der macht's einfach aus. Wir reden ja nicht. Also wir hätten schon mal Nein sagen können. Gut, okay. Jetzt müssen wir da lang und dann... Wir wollen natürlich in die Mitte... Na, oder warte, wir wollen da hin, genau. So, da ist der Eingang. Wir wollen unsere Pokémon natürlich heilen, bevor wir aufbrechen. Und wir müssen unseren schönen, treuen Freund natürlich noch eine Attacke erlernen. Die sich zufälligerweise Surfer nennt. Wer kann es erlernen? Wer kann es erlernen? Lobrero natürlich nur. So, Beutel. Dann... Stärke, Katapult. Surfer. Und Lombre kann es erlernen. Ja. Ja. Okay. So, was tun wir dir verlernen? Abschlag, Nass machen. Nassmacher brauchen wir anscheinend doch nicht. So wie es mir scheint. Also von dem her können wir es vergessen lassen. So, Nassmacher wurde... Oh, okay. So, so schnell haben wir es erlernt. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder auf Route 118. Ich habe mich gleich mal so getraut rüber zu... Ja, einen Blick so zu schauen. Und... So, Karpels. Lombrero. Wir wollen natürlich unsere anderen Pokémon auch noch irgendwie... Wie wäre es mit Tromburg? Oder dieses Pokémon. Entwickelt sich das nochmal? Ich werde es mal einsetzen. Ich habe irgendwie... Ja, ich will es mal einsetzen. Okay, alles gut. Was hat es denn für ein Item? Frage mich gerade. So, dann gehen wir mal auf Pokémon. Schauen uns an, was es für ein Item trägt. Ah, es trägt... Mitnahme. Achso, Schutz. Das hat ja die Fähigkeit Mitnahme. Okay, das ist ganz gut. Item nehmen. Dann kannst du ein weiteres Item aufnehmen. So, gut. Da sind die TV-Reporter. Bevor wir das machen, schauen wir noch ganz kurz... Hä? Moment, was ist da? Wer will denn kämpfen? Achso, auf Route 118 will jemand kämpfen. Schauen wir noch ganz kurz. Okay. Route 106 will anscheinend nur... Ja. Nur der kämpfen. Ich warte immer noch auf den Angler Blasius. Äh, nein. Alois. Alois, so heißt der. So, schauen wir mal die Nachrichten ganz kurz an. Bla, bla, bla. Nein. So, hier sind wir nachher die Aushöhlen mit einer Eilmeldung. Sehen wollen wir davon. Kennt das gerade, dass die Einführung des 14. Okay. Dann, okay. Einer jungen Frau, so wie ein junges Mann ist. Gott. Kann man nicht mal den TV-Beitrag hören von euch. Wollte bei Level 13. Oh Gott, Mann. Ja, egal. Kurz Interview, bla, bla, bla. Dann kämpfen wir eben nochmal gegen euch. Oh Mann. Pia und Udo. Gut, gut. Und nun haben die einen Krakelo und einen Magneton. Und da haben wir unser Pamjin und einen Lombrero. Wir können gleich mal, ähm, das ist jetzt blöd. Spukball auf Magneton einsetzen. Und Lopstrahl auf Magneton einsetzen. Und mal schauen, wie viel es abzieht. Wow. Das war aber auch ein Volltreffer. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, das wäre nicht ganz so gut. Okay, Magneton ist wenigstens weg. Pass, perfekt. Jawohl. So mag ich das. Die ersten Erfahrungspunkte für Pamjin. Das hat keine Wirkung auf Huntjin. Haha. Hast du wohl falsch gedacht? Kugelsaat. Los. Und natürlich noch den Blubstrahl hinterher. Und das zieht wie viel ab? Wow. Zweimal. Und das wird ein K.O. Dreimal getroffen. Krakelo wird besiegt. Und Level 37 für unser Lombrero. Sehr schön. Also Leveln hier ist in diesem Spiel echt. Einfach. Ja, vorhin haben wir GG Easy. Weißt du noch? Das hast du nach unserem letzten Kampf gesagt. Wir erinnern uns noch ganz genau daran. Übrigens, wie sieht es aus? Dürfen wir eventuell noch einmal ein Interview führen? Natürlich dürft ihr ja. Was sagen wir diesmal? Ähm. GG Easy. GG Easy again. Das passt perfekt. Wir werden deine Karriere als Trainer im Auge behalten. Alles klar. Okay. Okay. So. Ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Hier auf dieser Route. Auf dieser wunderschönen Route. Dort erwarten uns neue Abenteuer. Wir haben unseren Arenaleiter besiegt. Also unseren Vater besiegt. Von dem her passt es perfekt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciausen. Resi out. Und ciao ciao. Haltet die Ohren steif. Bis demnächst. 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 Bis demnächst.